Hallo, ich begrüsse Sie. Ich zeige Ihnen kurz, wo ich die Graphic Novels habe, hier oben im Gestell, damit die Kinder dann nicht reinschauen können, weil es da auch verstörende Dinge teilweise dabei hat. Und möchte Ihnen kurz erzählen, was Sie als nächstes tun sollen. Sie haben jetzt Ihre Graphic Novel gelesen, also Sie stellen sich vor, das wäre die, die Sie bekommen haben von der Buchhandlung, das ist bei allen eine andere. Und Sie haben einen Lektüreindruck verfasst, den legen Sie da rein, also der soll nicht mein Lektüreindruck heissen, sondern es kann ein Titel sein. Da schreiben Sie die Dinge auf, die Ihnen eingefallen sind, vielleicht auch ein paar nette Worte an die nächste Person. Dann nehmen Sie den Buchkartner, legen die Graphic Novel da rein und verschicken Sie an die Person auf der Liste, die ich Ihnen dann unten zuordne. Ich denke, das sollte soweit klar sein, wann verschicken Sie sie, wenn Sie heute fertig sind, heute, morgen, Samstag oder Montag spätestens. Ich würde es super finden, wenn zu Ostern alle schon die zweite Graphic Novel hätten. Ich danke Ihnen fürs Mitspielen, seien Sie bitte fair, achten Sie darauf, dass alle eine Novel kriegen und weiterlesen können. Danke fürs Zuschauen, genießen Sie das schöne Wetter und bis bald.